Guten Morgen! Heute möchte ich euch auf eine kleine Wanderung mitnehmen und zwar durch den Hochwildpark in irgendwo Euskirchen. Die Nähe muss es sein, hier in der Eifel. So eine Art Naturschutzgebiet. Mal sehen, wo wir da alles lang gehen und ob es da nette Geschichten gibt oder nicht. Einfach mal so einen Tag in der Natur wandern und mal sehen, was passiert. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.